Mist Warte, du musst nicht hören, dann musst du rein Die sitzt da So einen wundervollen, gruseligen Samstagabend Samstag Nacht? Ja, bei Visage Ja, Visage Vorhin bin ich gestorben Ich musste kurz in die Ambulanz und wieder zurück Jetzt geht es weiter mit dem Spruch Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen Ich weiß nur, dass wir jetzt wieder dumm werden und jetzt noch vorne bewegen müssen Ich habe noch die Kamera in der Hand Wirklich im Licht kurz bleiben Bleib mal kurz im Licht jetzt stehen Bleib mal im Licht stehen Wirklich, ein bisschen links noch Dann siehst du wie das Gehirn jetzt verschwindet Siehst du? Ja Genau Aber Jetzt geht das Licht wieder aus Nein, nein, bleib noch Das Feuer, das bringt nichts Das macht dir kein Licht Naja Also das macht dir schon Licht Aber Foto, mach Foto, mach Foto Und jetzt? Ich weiß es nicht Ja, muss ich mich fressen Hau ab Weil du im Licht bist Bleib im Licht Bleib im Licht Geh kurz da jetzt Warte einfach kurz Warte einfach kurz Das ist behinderte Kugel Tabletten Tabletten nehmen Tabletten nehmen Warte mal, wie nehme ich das denn? Tabletten nehmen Schnell Ja Werf ein Ja Nochmal Und jetzt? Schnell Jetzt ist gut Aber die Tür war abgeschlossen, ja? Ja Ja Guck mal, ob du da reinkommst Vielleicht geht der Kellerschlüssel Probier's mal Guck ab und zu zur Treppe Nicht, dass die hochkommt Und nimm vielleicht wieder das Feuerzeug, oder? Das geht nicht Die Flasche ist leer Also das Feuerzeug ist leer, oder wie? Warte mal Ich glaube, das hält dir nicht auf Das war doch dieser Raum da, oder? Kommen wir da vielleicht rein, oder so? Intergen Oh, geil Schieb das weg, schieb das weg Pass auf das Gehirn wieder Ja Danach ins Licht Ich sehe, ich gehe zum Fernseher Genau Oh, jetzt musst du schnell machen Da, dahinter ist der Lampe hier Genau Perfekt Ne, ne, da ist niemand, oder? Siehst du die Spur am Boden? Okay, okay, okay Wird's jetzt besser, oder schlechter? Ich nehm wieder die Tabletten Schlechter, es wird schlechter Geh raus zur Eingangstür, da ist mehr Licht Ist sie das? Ne, das ist vorhin auch passiert Nehm dich zu viele Tabletten, du bist schon längst wieder normal, das Gehirn Dein Verstand Warte, bei diesem Spiel ist doch nichts mehr normal, ey Kann man auch raus mit diesem Schuss nicht? Ne, geht nicht Wo muss ich jetzt hin? Folgt der Spur auf dem Boden Welcher Spur, Mann? Da, Treppe hoch Ich bin aber da nicht drüber Oh Das hört da auf, gell? Ja Ich weiß nicht, ob du da reingehen solltest, weil es zu dunkel ist, oder? Ich würd gucken, dass wir vielleicht ein bisschen im Licht bleiben Ich hab keine Ahnung, wo ich hin bin Wirklich, der Spur würde ich folgen Aber die hört doch da auf, oder? Guck mal links, ne, links von dir Genau Oder? Da? Ja, oben lang Ah, da oben Genau Oh, das ist Kinderzimmer, oder? Ich weiß, dass das Fahrzeug irgendwie einen Scheiß bringt, aber Guck, dass du das Licht anschalten kannst da drinnen Lass die Tür offen, ruhig, das verdauert es uns zu Ja, komm Licht, 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 Licht Geht nicht Ach du heilige Scheiß Da war vorher noch nichts gewesen Ah, das ist das für ein Scheiß Ich kann die Kamera nicht mehr Ja, geh aus dem Dunkeln Und jetzt? Guck, ob du das Licht anschalten kannst Geht nicht Okay, dann geh raus am besten Da ist wieder hell Ja, was ist das? Die Tür war vorher nicht offen Doch, die war offen Wo soll ich jetzt hin? Da unten leuchtet's rot Vielleicht würde ich da runter mal gehen Da Dann sähe es aus Es leckt grad ein bisschen, ne? Vielleicht ist es hier hinter der Tür, man Oh Okay Okay Wart da nicht der Keller? Da ging's in den Keller Ja gut Wie grad Ey, wie plötzlich die Stimmung ganz anders ist Regen, Musik ist ruhiger Bin ich grad dummer dafür? Nein, nein, das ist jetzt irgendwie so Ein Portal hier Ein Geld Okay Was sind das für eklige Teere, die greifen mich gern Ich hab ein Feuerzeug Ich hab ein Feuerzeug Im Regen Bringt der sicher viel Das Stock Ach du Scheiße Was ist das für ein krankes Spiel, ey Aber geil gemacht Mhm Na gut, ich find's draußen immer besser als drinnen Ja Von dem her War eine gute Abwechslung Im Haus war echt schlimm gewesen Kann es sein, dass wir wieder zu dumm waren Und nachher sich alles jetzt das nur vorstellt? Nee, eigentlich nicht Was macht dann dieser Panda Diesen Panda habe ich mir schon mal gesehen Diesen Fetten Panda in dem Kind Wollen wir da durch? Ah ne Okay, ich wollte mal diesen Ich dachte schon, was ist das, Alter Was ist denn hier alles spielte? Stell dir vor am Ende vom Spiel Würdest du die ganzen Bilder sehen, die du gemacht hast Einfach so hunderttausend Screenshots So wie bei Zelda Alles klar, das sieht so eklig aus Also hier will ich nicht spielen Warte, ich hab wieder so dieses ähm Diese Hühnerhaut, ey Gänsehaut Gänsehaut? Gänsehaut Und nicht Hühnerhaut? Gänsehaut Gänsehaut Warum Gänse? Ist das neu? Neunmal oder? Ja, man sagt dazu Gänsehaut Wie war das doch? Hühnerhaut Ich glaub das ist, wenn du von den Gänsen die Federn abgerupft hast Dann haben die auch so ne Haut gehabt, wie wenn du Gänsehaut bekommst Ich sah da genau Genau, die sah dann aus Das war ich gelesen Ah ne, das ist tatsächlich die Musik Ist das ein Baumhaus? Schau mal, wie die alle hier so Die warten auf dich Dieses überwachen Diesen Ort hier Vielleicht ist es ja ein guter Ort Sind wir da hoch? Ich würd mal sagen, ne? Du musst laufen Achso, ich muss nur an den Kleidern nach Scheiße Oh Was sind das für Zeichen? Oh mein Gott I'm Lucy Hello Lucy I want to be your friend Lucy Und sie so Und da kommt irgendwas Das Monster raus, was wir gesehen haben Aber, aber, jetzt, jetzt, jetzt Lass mal kurz warten I'm Lucy Wir haben ja schon Wir haben ja im Haus Haben wir ja schon eine gesehen Das war ja die Lucy gewesen Meinst du das Bild hat was mit dem Klopfen? Nein, das ist das Monster Was wir im Haus gesehen haben Das war Lucy Das war nicht diese schwarze Gestalt Das war die Lucy, die wir am Anfang umgebracht haben Ich frag mich, wer diese schwarze Gestalt ist Was ist das, ein Vogel? Sie denken, sie sind in der Geschichte I'm Lucy Hello Lucy Sie schaut Fernsehen I want to be your friend Lucy Und dann spielt sie Oh mein Gott, der kommt hier aus dem Fernseher Der kommt aus dem Fernseher zu ihr rein Wie so ein Er ist ein Fansporter Fels und Jo Der portiert sich durch Fernsehen Dann ist sie nicht so gut geland Und Oh nein, ist doch dieses Baumhaus, wo wir grad sind, oder? Ja Und dann Hat er sie gefangen Sie hält sie und Aber der Vogel ist weg So ein bisschen Knieübung, ne? Was ist das hier? Kannst du da was machen? Ist das nicht dieses Radio hier? I want to be your friend Lucy Gut, es hat ja mehrere Radien Radien? Radien? Radius Verschlossen, du brauchst kleiner Schlüssel Radius Kannst du das Baumhaus, kannst du wieder raus aus dem Baumhaus vielleicht? Ich will hier interagieren Ich will hier interagieren Ich will hier interagieren Okay Ach, hast du noch Hier ist ein Papier Ich wette mit dir, diese schwarze Gestalt werden wir auch noch sehen Jetzt ein paar Spielsachen und hier ist es Guck mal, unter den Schrank links Da unten ist wieder so ein Sammelgegenstand Ah Perfekt Aber wo sieht man diese? Sehen wir dann die? Im Haus später dann Bei diesem Bei diesem Kerzhark da Ganz am Anfang, genau Bei diesem Sammelraumgegenstand Muss ich hier etwas anziehen? Oh Das sind so 2. Mal von dem Teddybär erschreckt Was heißt so ein Auge? Auge 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 Muss ich da fotografieren? Nichts gell? Uff Hast du auch ein Auge? Mhm Was mit deinem Auge? Ich dachte Was hast du mich erschreckt jetzt? Ich habe hier geschaut Und während ich dort geschaut Da habe ich mich so bewegt Und da hat man dieses Feuerzeug gefuckert Oh Gott Alter Jetzt hast du mich erschreckt Du verpasst Das hat richtig weh getan Du kannst dir irgendwas in die Hand nehmen Oder so Guck mal die Du hast du dich mitgemacht Du hast sie mitgemacht Das ist eine Überschung Du hast es mitgekvariante Dicken Du hast die Hand Du hast ihn mitgekulation Du hast die Hand das hätte ich jetzt nicht auf das hätte ich doch nie gekommen angeklebt so kann man sich das sieht man ja gar nicht okay und jetzt habe ich den schlüssel und jetzt die tour wahrscheinlich die große truhe auf dem boden ist es schon spät ihr müsst ihm verzeihen es hat so eine spritze in der hand gehabt siehst du das ist jetzt diese dunkle stimme von dem typen ja ich wollte dich helfen geh weg man wo kommt der jetzt das weißt du nur allein sieh zu dass du los wirst Lucy mach es Lucy los jetzt sieh zu dass du es los wirst Lucy mach es Lucy sieh zu dass du es los wirst Lucy was soll ich los werden nur ich bin hier weg was denn vielleicht kannst du aus den fenstern irgendwie raus geht das da 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 wow was passiert denn hier was müssen wir machen mach was ich weiß nicht was soll ich denn machen dass wir uns wieder anschauen oder was wir gehen raus was soll ich denn das was soll ich denn machen man lass mich hier raus ja wenn wir jetzt gestorben sind das nochmal von vorne machen müssen gell ist jetzt gestorben wir sind ja nicht Lucy gewesen da steht doch jemand oder ja nein oder da links ich hab's auch gesehen aber stand da wirklich jemand jetzt einfach nicht mehr ich hab's auch gesehen was ich glaube ist derzeit dass du wieder weg fuck you ich mag nicht mehr so meine lieben wir haben gewechselt ich darf mir das ganze jetzt antun und ähm scheiße 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 warte kurz warte kurz warte kurz die kommt schon wieder ich hör sie schon ja nimm schluck die tabletten wo müssen wir hin keine ahnung geh mal doch in diesen harm ja jetzt nicht mehr er kommt er kommt wo er meinte es zu lange im dunkeln ich stehe im dunkeln das ist das problem dann such dir einen weg raus man geht doch in diesen lagerraum da wieso hat sie auch keine lichter keine ahnung du hast noch feuer ah du hast keine feuerzeit ich höre sie wo ist sie wo ist sie da ist sie verpiss dich ist die tabletten ich hab keine tabletten mehr aber sie geht jetzt weg sie geht jetzt weg sie geht weg aber das licht hat dich gerettet aber das licht ist angegangen kurz ja kannst du das vollzeug nehmen ja ich kann es probieren du hast noch eins zwei wir haben glaube ich zu lange gebraucht wo wir die plätze gewechselt haben shit das war der scheißegal das deine lampe ist warte hier hier bitte klemm jetzt nicht ist klar ne da müsst ihr nach oben gehen eigentlich wo warum machst du das vollzeug aus wir müssen denen folgen was sind das vermeiden vermeiden zu lange im dunkeln zu stehen ja 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 das spiel das spiel von uns bleib nicht zu lange im dunkeln äh das kannst du ja sie kommt wieder ich hör die schritte verdammt es sind aber auch alle lichter aus da kannst du kannst Katzen anziehen warte 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 hier hat's licht oder es hat kein licht nur da geh weg geh weg geh weg ja verdammt hä ich versteh das gar nicht du bist da dahin folg mal dieser spur dort ja ja wir müssen der spur vor wir gehen nur dieser spur vor nach verdammt deine eingewärmung und das ist hundertprozentig die Lucy das kleine mädchen was er als letztes umgebracht hat am anfang ich weiß ja aber bis jetzt leider noch nicht den unterschied ich glaube mit den tabletten geht das aber weg oder oder genau ja und jetzt Feuerzeug und jetzt folgt der spur dieweite doch da grad da ist oder so mach mal ein bisschen mit der kamera dann siehst du besser ah ja wir müssen sowieso da durch jetzt fängt gleich an diese scheiß Musik kommt sie schon und jetzt warte hier lang ja und da oben oben hier rechts nicht wieder ins kinder sprang doch jemand nein nein da waren tabletten da sprang jemand im zimmer ich hab's gesehen ernst jetzt ja da war wirklich ein schatten wo gesprungen ist was hat der mutter's dichter dann du musst rein die sitzt da wohnermal oh 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 was da weg aber sowas von weg da geh nochmal rein scheiße Ich hab' gar nicht gesehen, dass die da sitzt. Hast du die nicht gesehen, dass die da gesessen ist? Da kommen wir nicht rein müssen, hier lang. Und dann hat jemand anderes die Tür zugemacht. Ich hab' doch gesagt, jemand ist gesprungen. Scheiße, hier ist falsch. Machen wir an die Wand nochmal? Ich brauch' Tabletten. Guck mal, die ganzen Lichtschalter sind drauf. Mach' zu. Ja, zu, zu! Nein, 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 nein. Es ist zu spät. Leute, ich versteh' nicht, was er macht. Was soll ich denn machen? Ich mach' nur Spaß. Ich hab' auch keine Ahnung, was du machst. Ich will doch selber nicht wissen, was ich machen würde. Licht! Boah, schreie nicht mal so laut, Alter, bitte! Soll' mich nicht erschrecken? Ich verstehe das Spiel. Okay, wir sollen auf jeden Fall nicht dort reingehen. Also erstmal sollen wir der Spur folgen und dann irgendwie doch nicht. Also, ich mach's jetzt genau gleich und nochmal Tabletten nehmen. Ups, das war mein Magen. Verarsch mich nicht, Junge. Das war nicht im Spiel. Das ist zwei Jahre früher oder so. Äh, ne, die Glühbirne bringt uns nix. So. Jetzt machen wir's genau gleich. Schau mal jetzt, dann siehst du, wie jemand dort gesprungen ist. Öh. Ma- Mann! Ich bin zu langsam, hab ich's Gefühl. Nein! Die Spannung gesteigt. Jetzt. Ja, du musst ein bisschen weiter wegstehen und jetzt ziehen. Das ist schon eklig, dass man ihr folgen muss, anstatt dass sie uns folgen. Ich glaub, da ist sie so gesprungen. Schau mal, schau mal jetzt. Ja. Siehst du? Ja, ja. Das ist das Mädchen gewesen. Guck, sie sitzt jetzt am Boden und dann macht ein anderer die Tür zu. Mach zu, komm. Das hab ich extra auftun. Nimm Tabletten. Ah, schau mal. Was denn? Ich hab den Hinweis Tabletten zu nehmen. Nimm mal gleich die Tabletten. Ja, aber erstmal in das Zimmer schnell. Da ist ein bisschen Licht wenigstens. Da ist kein Licht. Kann man bitte das anmachen? Nein. Auf Tabletten kannst du ja nicht. Schneller. Sie kommt. Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, von hier kommen wir auch in das Zimmer rein. Wieso leckt denn das so? Weil sie kommt. Wir müssen da rein. Geh einfach rein. Okay, ich geh jetzt einfach rein. Hallo, Lucy? Da war was in der Wand. Ja, ich seh ich. Dort hinten ist das so ein Einmacher. Nimm mal Tabletten nochmal. Ich weiß, du musst schnell machen. Dann machen wir ein Tabletten. Nein, das ist mir jetzt scheiße. Los. Jetzt bist du nicht mehr dumm. Jetzt kannst du. Feuerzeug. Komm schon. Wieso? Wieso geht's nicht? Nicht mehr verwenden. Sie sind leer. Beide. Okay. Geil. Dann geh ihm. Dann rennen. Degradiert durch diesen Tunnel. Was ist denn für ein Tunnel? Da ist doch ein Tunnel, oder? Da ist eine Tür. Ach, eine Tür? Warte, das ist so schlimm. Halt, da ist wirklich. Da ist Licht. Geh Licht. Lass mich. Ich hab das Gefühl, ich schaff's nicht mehr, dass die von hinten... Du musst halten. Hintergehen. Lass mich rein. Lass mich bitte rein. Duck dich. Duck dich. Kontroll. Los. Oh. Ich hab gedacht, die kommt jetzt jede Minute von hinten. Ich hab das Gefühl, das ist mein Leben. Ich hab da. Ich hab da. Ich hab da. Ihr Hemmlung. indo, woher zu はい. Irgendwie. Ich hab das Gefühl. Vielen Dank.